Als nächstes habe ich hier die Sabine Goldmann. Komm zu mir. So, ich gehe weg. Hallo, ich komme aus Berlin. Ich bin Lehrerin und Beamte. Mein ganzer Berufsstand hat versagt. Fragen Sie doch mal Ihren Lehrer, ob der gelehrt hat in der Schule. Gehen Sie in Ihre alte Schule, fragen Sie die Schulleiter, die PW-Lehrer. Ich bin Seiteneinsteiger von Wirtschaft. Ja, ich habe das schon immer an meiner Schule durch. Kein Schüler darf mehr das öffentliche Bildungswesen oder anderes verlassen, wenn er nicht die Deckung und die Eichung von Geld beantworten kann. Habe ich 2004 schon meinem Schulleiter Böger gesagt, Schulsenator will er natürlich ein spezielles Thema. Und kein Schüler darf mehr das Schulwesen verlassen, wenn er nicht sagen kann, was als Geldwert der Arbeit in das Bruttoinlandsprodukt, in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, VGR, reingehört. Und da gehört, wie die Kinder sind hier, Kindergroßziehen gehört in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Adenauer hat das rausgestrichen, der hat gesagt, Kinder kriegen die Leute von alleine, hat 57 die Umlageverfahren nur die Altersrenten bedient und die verdoppelt und dann 57 eine absolute Mehrheit bekommen und Ludwig Erhard wollte nämlich Kinderrente und Altersrente und dann die Aktiven. Und so ist Volkswirtschaft korrekt definiert. Ich habe bei Hartz I den Rürup gefragt, da habe ich gesagt, wenn Sie Hartz I, ja das war 2002, der Euro war ganz neu, am 18. August in Paris, am Sondamenmarkt in der französischen Kirche, und da habe ich Ihnen öffentlich gesagt, wenn Sie über Arbeitsplätze reden, müssen Sie erst die Deckung von Geld beantworten. Die Vorredner haben alle Recht, ich kann Sie als Wehrer bestätigen. Sie müssen die Deckung von Geld beantworten, dann können Sie erst über Arbeitsplätze reden. Wenn Geld durch Arbeit gedeckt ist, gehört Familienarbeit ins Geldmodell, andere Bereiche sind draußen, ebenso diese Zinsen, ja, stimmt alles. Und wir schlagen vor, ab drei Kinder unter 15 Jahren ein volles Managementgehalt, 2000 Euro, wir dachten, das sind 4000 E-Mark, ja. Es ist ja auch Nachtarbeit bei. Das Umweltbundesamt sagt jetzt, permanente Bereitschaft. Fragen Sie mal Eltern, gucken Sie mal, ja. Huhu! Und ich bin auch Lehrerin, wir machen doch auch Demokratie, also ich bin Seiteneinsteiger. Sie brauchen auch erst die bezahlte Arbeit und dann brauchen Sie eine Lobby nach Grundgesetz. Artikel 9, die Familienkammer. Freie Berufe sind in Kammern geregelt, ja. Sie haben ja keinen Vorgesetzten als Familienmanagement. So, also ich bin Beratung für Aufbau einer Familienkammer und dann können wir alle Ferkelgesetze anfechten. Ah, Geschäftskundlage war nicht korrekt, Familienkammer war nicht beteiligt. Ah, machen wir hier in München gleich. Ich bin in Starnberg groß geworden, ja. Und heute haben wir Klassentreffen, ich war im Deutschen Museum, ähm, Deutschen Gymnasium. Also, Sie brauchen eine umlaufgesicherte Indexwährung, das ist alles schon da. So, jetzt sage ich Ihnen das Nächste. Ich war im Vorstandnetzwerk Klimagipfel, 94 gewählt, auch von den Autonomen in Berlin. Da hatte ich gesagt, Deckung und Eichung von Geld muss beantwortet werden, Altvater und so, die kennen mich alle. Und das war so theoretisch und ist nichts geworden. Und dann habe ich meine GEW angerufen, angesprochen, Erhard Laube. Ich sitze im Vorstand, wir können was machen, ja, zum Klimagipfel, alle Leute sind da. Und da habe ich Wirtschaft und eben auch Familienarbeit bezahlen, riesen Frauenfest. Och, und dann hat meine GEW Berlin den AK Wirtschaft abgeschafft, um die grundlegenden Sachen nicht zu diskutieren. Es gab bloß noch AKB, viel Bildungsfinanzierung, Uli Töne, und der ist jetzt GEW-Chef Deutschland. So, dann habe ich gewusst, ich muss das selber machen. Und dann habe ich 2003 verhandelt mit der Bundesbank, wann kommt die Familienarbeit ins BIP. Und jetzt habe ich hier was, ich bin beim Kirchentag, ich bin ins Sekretariat gegangen, haben Sie ein Programm vom Kirchentag, ich will mich ja vorbereiten. Der ökumenische Kirchentag 2003. Und dann habe ich gefunden, Dr. Hans Reckers, Vorstandsmitglied der Bundesbank, macht eine Bibelarbeit. Och, da gehe ich hin. So, und dann, der hat gesagt, 2003, Esoteriker würden sagen, große positive Energieströme fließen ein. Ich dachte, das ist ja spannend. Der weiß, es ist Wendezeit und er steht noch auf der falschen Seite. Danach habe ich ihn angesprochen, nur unter vier Augen. Und habe ihm gesagt, Goldmann, Friedrich-Engels-Gymnasium, passt gut, ne? Und das Material, was Sie an alle Schulen schicken, an alle Schulen, wird im Turnus von zwei Jahren Material geschickt. Sekundarstufe 1, das ist bis 10. Klasse dieses hier. Geld, unser Geld. Und dann Sekundarstufe 2 bis zum Abitur, da steht dasselbe drin. Da ist diese multiple Geldschöpfung drin, was der Kollege vorhin erläutert hat. Am Anfang bei der Währungsreform 48, da war Geld durch Arbeit gedeckt, Kopfgeld, ja? Und das war so ein richtiger Ansatz. Man muss die Währung an der Bevölkerung berechnen. Aber dann haben sie diese multiple Geldschöpfung erfunden. Seitdem steht ja auch nicht mehr drauf, wer Geldscheine nachdruckt, wird bestraft mit, ja, mit nicht nur Gefängnis, sondern mehr. Das steht ja gar nicht mehr drauf auf den Scheinen, weil die drucken ja selber dauernd. Und dann habe ich gesagt, Dr. Hans Reckers, das Material, was Sie an alle Schulen schicken, da sind Fehler drin. Die multiple Geldschöpfung ist verwechselt mit der Umlaufgeschwindigkeit von Geld. Und die Familienarbeit ist mit einem simplen Definitionstrick als Vorleistung aus dem Wipp rausgestrichen. Aber vorleistende Bauarbeiten sind drin, ganze Vorleistungsgüterproduktion. Dr. Hans Reckers, der guckt nach unten, ja, schaut mich gar nicht an, das kann ich jetzt nicht, sonst geht es nicht. Das sind halt unsere internationalen Finanzregeln. Ja, die wissen es, die wissen nicht, wie sie rauskommen, ohne ihr Gesicht zu verlieren. Ich habe ein halbes Jahr verhandelt. Dann habe ich Dr. Opa, Öffentlichkeitsbereich, habe einfach angerufen, Öffentlichkeitsbereich. Dr. Opa, wann kommt die Familienarbeit ins Wipp? Ja, wir wissen nicht, wie wir sie bewerten sollen. Ich sage, da können wir Ihnen helfen, das ist pralle Leben, ja, das ist Erste Hilfe, das ist Berufsberatung, das ist Lebensphilosophie. Dann frage ich, wie berechnen Sie denn die Geldmenge? Müssen Sie doch am Wirtschaftshandel, im Währungsraum, Waren, Produktion, Dienstleistung? Und da gehört Familienarbeit dazu. Wie ist denn Geld gedeckt? Ist gar nicht mehr gedeckt, wusste ich ja vorher, aber ich wollte es ja mal hören. Nach 20 Minuten sagt Dr. Opa, er möchte das Gespräch beenden. So, dann habe ich am 22. Oktober 2003 ein Fax bekommen. Ich hatte in den Herbst Ferienwältegewahl in Berlin, weil diese Adelung-Geschichte war dann da passiert. Da war ein Genossenschaftskongress, er hat geredet, ich wollte rein, durfte dann doch nicht. Aber ich habe die Tagungsmappe bekommen, setze mich unten ins Adelung und schreibe hin, Was ist denn jetzt meine Eltern in der Schule, die wollen wissen, wann kommt denn Familienarbeit ins Bett, wenn die Herbstferien zu Ende sind, ne? So, und dann kriege ich als Antwort ein Fax und richtig die Berücksichtigung der Familienarbeit in der Geldmenge. Beruf, also Betreff ist richtig formuliert. Und dann bla bla, wir können doch nicht einfach drucken, ist doch Inflation, dabei machen Sie es doch dauernd. Der letzte Satz ist zielführend. Der Gesetzgeber müsste die Geld- und Währungsordnung ändern, das habe ich schriftlich. Und jetzt, wenn der Asmussen, wenn der in die Zentralbank reinwandert und Weidmann, die müssen wir nur erinnern an das Fax, was Frau Goldmann bekommen hat am 22. Oktober 2003. Aber ich kann das nicht alles alleine machen, ja? So, dem Asmussen haben wir dann 2008 zur zweiten zum Baby gratuliert. Hoffentlich kann Ihre Tochter stolz auf Sie sein, dass Sie die Familienarbeit ins Bett reinnehmen. Sie sehen ja jetzt, was das für Arbeit ist. Ich habe da gar keine Antwort bekommen. Aber Sie müssen es wissen. Der Asmussen, der jetzt vorgesehen ist, dass er den stark ablöst, der hat diesen Brief von der Familienkammer Berlin. Ja? Also, wir können das jetzt weitergeben. Und dann, ich will eigentlich tanzen. Die Weisheit der Völker ist überall drin. Geld muss durch Arbeit gedeckt sein. Und mit den Mieten, überlegen Sie doch mal, wenn einer, der von der Bank als Solvent eingeschätzt wird, wenn der sagt, ich will da, da ist noch Platz oder ich muss die wegräumen und dann baue ich ein neues Mietshaus. Und dann, werde ich jetzt gemahnt, und dann kriegt er, holt er sich einen Kredit bei der Bank, wird eingeschätzt, kreditwürdig. So, und dann rechnet er die Miete mit Rückzahlung und Zinsen. Ja, was passiert denn, wenn der Kredit zurückgezahlt ist? Mit wessen Geld ist das denn zurückgezahlt? Wem gehört denn dann das Haus? Also, wenn Sie im Bildungsbereich, Sie brauchen einen Lehrer oder eine Beamtin in jeder Stadt. Und wenn Sie die haben, sind alle anderen in Zuchtzwang. Wenn die dann Geld, Volkswirtschaft, korrekt lehren. Und was ist der Unterschied zwischen 1. und 2. Markt? Muss man doch wissen. Und die Banker selber reden doch von gutem Geld und bösem Geld. Die wissen doch den Unterschied. Ja? Also, wir müssen uns einfach vernetzen. Und Bildung muss jetzt auch Wirtschaft einmal eins machen. Ich mache das überall selber. Die Sachen sind klar. Also, Geld durch Arbeit gedäckt. Ja, und dann Mütter, Väter sind Hüter von Mutter Erde, verwalten die Bodensteuer und die Rohstoffe. Dann ist schon weltweit die Spekulation weg. Und Farida Akta, die war von Bangladesch zum Klimagipfel. 95 war sie da für Kleinstbäuerinnen und Kleinbauern. Die hat gesagt, ja, das wollen wir. Geld durch Arbeit gedeckt, Wütter verwalten die Bodensteuer. Mehr brauchen sie gar nicht. Da brauchen sie keine Angst haben vor irgendeinem Trojaner. Ja? Im Internet. Mehr brauchen sie nicht. Das ist die Weisheit der Völker. Aber wir müssen noch Geld eichen. Und da möchte ich tanzen. Und dann stehen wir im Kreis und gucken wir uns an. Was sagst du? Was ist meine Arbeit wert? Was sag ich? Was ist deine wert? Bitte? Ja? Der Souverän muss Geld eichen. Wer denn sonst? Das kann doch nicht die Gewerkschaft machen. Das können auch nicht die Politiker, die Banker ja auch nicht. Und da müssen wir tanzen. Und alle Völker und Nationen haben ihre Weisheit. Und dann gucken wir uns an. Und dann eichen wir das erste Mal Geld. Eivind Fischer hat gesagt, Geld ist die letzte schwankende Maßeinheit der Zivilisation. Was eine Maßeinheit ist, wissen Sie ja von Herrn Soche. Und das ist natürlich, solange Geld schwankt, wir haben es immer laufen lassen. Sie haben immer gedacht, ja, Gewerkschaft macht das. Nein, die machen es nicht. Jetzt müssen wir es selber machen. Und wir müssen Geld eichen. Und die Deckung von Geld müsste jeder Beamte beantworten können. Ja? So, und dann können wir die Zukunft gestalten. Und gleich weltweit, ja? Aber ich sage jetzt, für die Industrieländer, da machen wir Mütter, die Familienmanagement muss durch Bonnussteuer, durch die Tobintex und durch, also Bonnus, das war der Braun, der hat es ein halbes Jahr gemacht. Die Merkel redet immer von der Tobintex und der Sarkozy redet immer von Bilanzsummensteuer und Vermögensteuer. Und die vier nehmen wir und berechnen sie in den Industrieländern so, damit wir Familienmanagement bezahlen können. Und mir ist das egal, es machen meistens Frauen. Aber ob Frau oder Mann das macht, ist völlig egal. Hauptsache das Geld ist da. Dann machen wir eine Arbeitsplatzbeschreibung. Da machen wir auch ein Fest, machen eine Arbeitsplatzbeschreibung gemeinsam. Und dann eine Eichung, wie viel ist das wert? Und dann machen wir die Kammer und machen eine Bundesfamilienpräsidentin, die fährt dann mit der Merkel und Hund und Kreitel, fährt die dann mit, ja, nach draußen. Okay, hier auf der Bildungsmesse war ich 2006, Didakta ist alles drin. Bildung für die eine Menschheitsfamilie nach dem Prinzip, Geld ist durch Arbeit gedeckt, wobei für Kinder, Kranke und Senioren Geld im Vor- und Nachgriff durch Arbeit gedeckt ist. Und dann sind ihre Renten alle sicher, ja. Wenn Umlageverfahren so wie Ludwig Erhard. Lasst uns hohen, bunter sein, Kinder gehören in das Pip hinein, lustig, lustig, tralala. Bald ist Ludwig Erhard's Marktwirtschaft da, bald ist Ludwig Erhard's Kinderrente da. Ich will tanzen! Ich will tanzen! Applaus Vielen Dank.